... Jeff, jetzt müssen wir noch eine Speicherkarte kaufen. Jetzt bin ich einen halben Marathon gelaufen, um festzustellen, dass ich keine Masken mitgenommen habe. Nein! Ja, ja. Jetzt mal ich den Zimmer um anzukommen, jetzt will ich verschwinden. Das schätze zwei, die wollen in den Port und den Flugloch. Und den Zimmer um anzukommen. Es ist Sonntag, es ist 15 Uhr, es ist knalle warm. Aber dieser Platz hier, der ist super für Chef. Da legt er sich hin, da hat er alles im Griff. Ich zeige es euch mal. Wieder ein bisschen Heuschnupfen hier. Da vorne ist das Tor, hier ist der ganze Garten. Nur das muss ich irgendwo umhängen. Sonst gibt es hier noch ordentlich Radau. Aber hier liegt überall Plastik. Das ist Wahnsinn. Also ihr seht hier, diese weißen Kugeln, das ist Styropor. Sie liegt überall verteilt. Ich habe Schubkarren voll. Hier, das ist die Schubkarre. In den Garten habt, holt euch eine Schubkarre. Wahnsinnig guter Helfer. Aber überall Plastik. Da hinten so Teermatten oder sowas. Da hinten geht es noch weiter. Und das Beste, was ihr noch gar nicht gesehen habt. Das habe ich reingestellt, aber der Rest ist nicht von mir. Hier einmal. Geil, oder? Irgendwelche lackierten Hölzer. Plastik. Hier. Soll man einen behalten? Für den Strebergarten. Das sind alte Werkzeuge. Die kannst du nicht mehr benutzen, weil die kaputt sind. Umzugskartons. Jetzt habe ich hier überall schon die Pfille rausgenommen. Ich habe gedacht, easy. Ziehe den Zaun da so raus. Und merke, der ist richtig tief verankert. Das ist eine Maus. Die will in ein Loch. Das ist eine Spitzmaus, oder? Jeff, du guckst in die falsche Richtung. Oh Jeff, die vibriert, wenn du bellst. Jetzt komm mal her. So ist gut aus. Komm hier hin. Jetzt lässt du mal die Maus in Ruhe. So ist fein. Hast du gut gemacht. Ja dann lacht er. Ich sag mal sowas. Es war eine weise Entscheidung von dir zu gehen.